Eichmann ist da! Azzah ist da mit Eich! Azzah gibt aus! Doch, ich bin doch viel gut dabei! Jaaa! Dann noch mal bitte, der Azzamroi ist immer flott! Bitteschön, da hatten wir doch gerade, da hatten wir doch gerade, Himbeer und Babelgab! Wir hatten auch gesehen, dass WM 2006, was das Land bewegt hat, sowas habe ich noch nie erlebt. Und was schöner wäre, einfach das wiederzubekommen, dass wir eben einfach zeigen können, was für ein Land wir sind, was wir präsentieren können. Das ist halt Motivation, Genugheit, um das herzubekommen. Schweden ist, äh, Vanille, Babelgab! Nein, das kann ich doch nicht!